Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch mal ein Unboxing von Elevis. Und zwar haben die nämlich ein Set rausgebracht, was richtig cool ist. Das nennt sich On The Glow Essentials Set mit Rixo. Ich hatte euch ja letzten Monat schon dieses kleine süße Täschchen von Rixo vorgestellt. Das bekommt ihr übrigens immer noch ab einem Bestellwert von 80 Euro gratis mit dazu. Das hat einen Wert von 60 Euro. Das heißt, das könnt ihr euch wahrscheinlich auch noch mit dazu bestellen, wenn ihr euch dieses große Set bestellt. Ich zeige euch auf jeden Fall gleich, was da drin ist. Es gibt auch eine richtig schöne Verlosung an einen von euch mit meinem absoluten Lieblingsprodukt, was ich gerade im Moment habe und noch ein paar richtig coolen Goodies dazu. Also wenn ihr Lust habt zu sehen, was da drin ist, wie meine Meinung ist, an einer schönen Verlosung teilnehmen wollt und auch Bock auf einen Rabattcode habt, dann bleibt dran, viel Spaß mit dem Video und los geht's. So, ihr Lieben, dieses Video ist netterweise wieder in Kooperation mit Elemis entstanden. Ich sage vielen Dank. Dadurch kann ich euch natürlich immer die neuesten Deals zeigen. Ich kann euch eine schöne Verlosung anbieten. Und es gibt wie immer auch einen coolen Rabattcode. Das heißt, ich habe dieses Mal wieder einen Code mit 25% Rabatt. Der heißt einfach FRANKA25. Alle Details dazu sind in der Infobox verlinkt. Und ich werde euch was ganz Tolles verlosen. Das zeige ich euch am Ende des Videos. Eine meiner liebsten Cremes im Moment, was ich super gerne verwende. Und wo ich mir sicher bin, dass es euch bestimmt auch gefällt und ihr euch freuen werdet, wenn ihr das gewinnen könnt. Also, ihr Lieben, wir starten jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefällt, lasst mir schon mal einen Daumen nach oben da. Und abonniert den Kanal, denn dann verpasst ihr auch künftig keine Videos mehr. So, ihr Lieben, dann starten wir erstmal mit den Details. Ich habe ja eigentlich immer einen Rabattcode bei Elemis. Und zwar heißt mein Code dieses Mal FRANKA25. Und damit könnt ihr 25% auf ganz viele Produkte sparen. Nicht auf alle, nicht auf die allerneuesten. Also, ihr müsst es einfach mal ausprobieren. Es geht aber auf ganz, ganz viele Produkte. Unter anderem auch auf meine Lieblingsnachtpflege, auf die Tagespflege, auf die ganzen Reiniger und Bodylotions und so. Darauf geht das, ne? Also, checkt auf jeden Fall die Infobox aus. Da habe ich euch alles nochmal auch verlinkt, die ganzen Details. Und eventuell geht der Code RIXO AFF auch noch. Damit bekommt ihr nämlich ab einem Bestellwert von 80 Euro diese Tasche gratis mit dazu. Und die hat einen Wert von 60 Euro. Das heißt, wenn der Rabatt nicht höher ist als 60 Euro mit meinem Code, würde ich euch fast empfehlen, nehmt lieber das Täschchen dazu. Denn hier sind ganz coole Produkte drin. Die hatte ich euch letzten Monat schon gezeigt. Das war unter anderem die Pro Collagen Marine Cream, die ganz klassische. Dann ein Abschminkbomb, auch das ganz klassische. So eine Fruit Vinegar Liquid Glow. Und auch eine kleine Größe von dem Superfood Midnight Facial. Absolut genial. Ich habe die kleine Größe schon leer gemacht im Urlaub. Ich hatte das nämlich mit. Das war so perfekt. Dann brauchte ich nicht so einen großen Titel mitnehmen. Fand ich richtig genial. Habe ich mit meinem Mann zusammen genutzt. Der liebt das nämlich auch. Das könntet ihr dann quasi dazu bekommen. Und ich habe mir gedacht, das ist ja richtig genial, weil das auch optisch total schön ausschaut. Und man wirklich, wenn man in den Urlaub fährt, das dann einfach zusammen mitnehmen kann. Und man hat ein tolles Set. Also, mehr braucht man eigentlich nicht. Finde ich perfekt. Und ich zeige euch jetzt, was da drin ist. Und dann könnt ihr auch entscheiden, ob sich die Produkte lohnen. Hier sind nicht nur neue Produkte, sondern auch Bestseller drin. Aber auch das brandneue Cleansing Balm. Und zwar dieses Summer Blooming. Was einen super genialen Mimosenduft hat. Also, ich zeige es euch jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und am Ende des Videos sage ich euch auch noch, wie ihr etwas gewinnen könnt. Denn ich werde auf jeden Fall an einem von euch dieses Superfood Midnight Facial verlosen. Das ist aktuell wirklich gerade meine absolut allerliebste Nachtpflege. Ich habe die noch hier. Die ist bei mir noch knapp halb voll. Die haben mir ein neues geschickt. Und deswegen verlose ich das an einen von euch. Und ich packe euch noch ganz viele richtig coole Goodies mit. So 15ml Cremes, Pro-Kollagen-Marine-Cremes und so weiter. Also, ich lasse mich da nicht lumpen. Also, ihr werdet auf jeden Fall ein Set im Wert von mindestens 100 Euro mit LMS-Produkten bekommen. So viel sei schon mal gesagt. Könnt ihr euch drauf freuen. Und am Ende sage ich euch, wie das Ganze funktioniert. Aber jetzt zeige ich euch erstmal den Inhalt. Das heißt, wir öffnen das Ganze mal. Es raschelt hier drin nicht wegen der Tasche an sich, sondern weil hier noch so ein bisschen Papier drin ist. Ich mache das mal eben raus, damit wir dieses Rascheln nicht mehr haben. Und dann zeige ich euch direkt mal als erstes etwas, was ich absolut mega finde. Und ich weiß, dass ganz viele von euch das unbedingt mal testen wollten. Und hiermit könnt ihr das jetzt halt super ausprobieren. Und das ist eins meiner absoluten Lieblingsprodukte mit. Und zwar ist hier das Pro Collagen Summer Bloom Cleansing Balm drin. Und zwar nicht in einer Full Size, sondern in einer halben Größe. Mal zum Vergleich. Hier in diesem kleinen Set ist so eine Travel Size drin. Da sind 20 Gramm drin. Und das sind 50 Gramm. Und wenn ihr euch das Original kauft, sind da 100 Gramm drin. Also habt ihr quasi eine halbe Größe. Das finde ich richtig gut. Das hält auch relativ lange. Und diese Abschmink Balms, die sind einfach total genial. Das riecht wirklich traumhaft. Und das ist natürlich jetzt eine schöne Größe zum Ausprobieren, aber auch für den Urlaub. Also ich freue mich auf jeden Fall da jetzt ein Backup zu haben, weil ich es wirklich sehr, sehr gerne mag. So, dann haben wir ein neues Produkt drin. Das habe ich aber natürlich schon ausprobiert, wie alle Produkte in dieser Bag, damit ich euch auch ein bisschen sagen kann, wie finde ich das und lohnt sich das. Und zwar ist das das Superfood Kefir Tea Mist. Und das kann man entweder als Primer verwenden oder anscheinend auch über Make-up. Ich zeige euch mal den Nebel davon. So sieht das Produkt erstmal aus. Und der Nebel ist sehr fein. Am besten immer schütteln. Das riecht ganz, ganz frisch. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt nach Käfie riecht, so nach Tee. Ganz frisch und beruhigend. Das könnt ihr euch, wie gesagt, eben vorher aufsprühen oder hinterher. Ich muss das noch ein paar Tage testen. Für mich ist aber beim ersten Eindruck einfach wichtig, riecht es angenehm. Und wie ist der Nebel, dass ich mir nicht mein Make-up hinterher versaue oder auch vorher, dass es nicht unangenehm ist oder so. Dieses Spray ist im Endeffekt ein 4-in-1-Spray. Das hilft, die Haut zu tonisieren, zu hydratisieren. Es soll auch das Make-up fixieren. Das muss ich noch ein bisschen überprüfen. Ich würde es eher als Priming-Spray verwenden oder so zwischendurch zur Erfrischung. Also dafür finde ich es richtig cool. Vor allen Dingen ist es mal was Neues, was anderes. Da sind Antioxidantien drin. Das ist nicht nur so ein Make-up-Spray, sondern eben auch noch mit Hautpflege. Und das finde ich richtig cool. Also, Kefir Teamist. Als nächstes haben wir zwei ganz tolle Klassiker drin, die ich schon ganz lange Zeit verwende und auf die ich mich auch immer verlassen kann. Und ich finde es so cool, dass es diese Pro Collagen Marine Moisture Essence auch in klein gibt, dass man das mal ausprobieren kann. Hier sind 28 Milliliter drin. Ich habe diese Essence in groß. Die ist auch schon zur Hälfte leer. Ich liebe die. Die hat eine super Konsistenz. Die riecht mega angenehm. Die spendet wohl 24 Stunden Feuchtigkeit. Ich meine, ich wasche mir innerhalb von 24 Stunden bestimmt zweimal das Gesicht. Also insofern kann ich das nicht ganz beurteilen. Aber die Haut sieht einfach super prall aus. Und das Coole ist jetzt, hinterher gibt man sich natürlich immer noch eine Pflegecreme drauf. Das heißt, ihr könnt mit dieser Tasche ein richtiges Ritual machen. Ihr sprüht euch zum Beispiel erstmal diesen Kefir Teamist drauf. Dann nehmt ihr die Essence und dann tragt ihr euch eure Pflegecreme auf. Und da gibt es auch einen absoluten Klassiker in dieser Tasche. Und zwar die Pro Collagen Marine Cream mit 15 Milliliter, aber in der richtig schönen Verpackung von der normalen Pflege. Und nicht in einer Tube. Finde ich auch sehr toll. Sieht einfach super im Bad aus. Ihr könnt das Ganze mal ausprobieren. Das riecht fantastisch. Diese beiden Sachen zusammen sind super gut aufeinander abgestimmt. Also das benutze ich wirklich sehr, sehr oft in Kombination. Weil die Haut dann einfach richtig schön prall und mit Feuchtigkeit versorgt ausschaut. Auch mein Mann nimmt das. Auch der ist begeistert. Der findet den Geruch auch super. Der sagt, das riecht so marinemäßig, so sparmäßig, mineralisch. Und deswegen ist es auch total unisex. Also fantastische Pflege, muss ich wirklich ganz klar sagen. Dann ist ein neues Produkt drin. Das habe ich jetzt mal ganz neu ausprobiert. Und für den Sommer ist es absolut genial. Denn es ist von der Superfood-Linie eine Matcha Eye Dew Refreshing Eye Gel. Das heißt eine Augenpflege, die aber sehr erfrischend sein soll. Die ist so gelartig und überhaupt nicht fettig. Also ich kann mir vorstellen, wenn ihr eine super trockene Augenpartie habt, wird euch das vielleicht nicht reichen. Sondern dann müsstet ihr nochmal mit einer Pflege drüber gehen. Man kann natürlich auch seine normale Gesichtspflege für die Augenpartie nehmen. Ich finde allerdings, dass Concealer besser ausschaut, wenn ich eine normale Augenpflege dafür verwende. Weil er mir dann nicht so in die Fältchen rutscht. Und auch mit dieser Augenpflege hat es bei mir wunderbar funktioniert. Und ich finde einfach, dieses Produkt kann man sehr gut im Sommer verwenden. Im Winter bei trockener Heizungsluft würde ich wahrscheinlich was Reichhaltigeres bevorzugen. Aber jetzt im Sommer finde ich es sehr cool. Die hat 15ml, ist also eine Originalgröße. Ich zeige euch nochmal, wie das Gel ausschaut. So sieht das aus. Das riecht auch nach nichts. Ist auch gut für Augenpflege. Sollte ja nach nichts unbedingt riechen. Und es ist ganz erfrischend, ganz sanft und nullfettig. Einfach so richtig schön feuchtigkeitsspendend. Und auch ein bisschen abschwellend. Also ich finde das richtig cool. Und das werde ich auf jeden Fall jetzt sehr gerne im Sommer verwenden. Freue ich mich richtig drüber. Und zu guter Letzt haben wir auch noch etwas für den Körper. Und zwar die Frangipani Monoi Body Cream. Und das finde ich auch total schön. Das ist nämlich so ein ganz klassischer Sonnencremenduft. Dieses Monoi oder Monoi, wie auch immer man das sagt. Das riecht einfach traumhaft. Das ist eine super luxuriöse Body Lotion. Ich mag ja ansonsten gerne diese Sea Lavender and Samfire Body Cream. Aber das ist auch eine gute Alternative, wenn man eher auf so süßere Düfte steht. Und ich würde auch sagen, das ist schon eher so in eine weibliche Richtung. Es ist süß, blumig und so sommermäßig. Also es passt wirklich perfekt für den Sommer. Ich muss sagen, das haben die sich so gut ausgesucht als Komplettset, dass man wirklich ganz schöne Produkte zum Ausprobieren hat. Zum Teil Originalgrößen und zum Teil ein bisschen kleinere Größen. So, dass man es auch super mit in Urlaub nehmen kann in so einer Tasche. Ich fasse das jetzt nochmal kurz im Schnelldurchgang zusammen. Und dann könnt ihr ja entscheiden, ist es was für euch oder nicht. Auf jeden Fall habe ich auch auf der Seite eben nochmal gesehen, Normalerweise gibt es dieses Set hier in dieser kleinen Tasche eigentlich erst ab 95 Euro wert dazu. Aber mit meinem Code REXO AFF kriegt ihr das bereits ab 80 oder 85 Euro dazu. Das heißt, ihr könnt das mit dieser Tasche kombinieren. Und das ist natürlich eine mega Kombi. Aber wenn ihr jetzt sagt, ich habe das schon letztes Mal gekauft und habe letztes Mal schon diesen Code verwendet, dann nehmt gerne einfach meinen Code FRANKA25 und probiert es mal aus. Vielleicht geht es auf dieses Set. Ich will es nicht mit Sicherheit sagen, weil die mir von Elemis gesagt haben, dass das eigentlich nicht darauf geht. Aber als ich es probiert habe, hat es funktioniert. Ich weiß es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, weil die ändern ja auch ab und zu ihre Bedingungen und Sales und was sie für Angebote haben. Aber probiert es einfach mal aus. Vielleicht geht es ja. Also in dieser Tasche ist auf jeden Fall diese Monui, Frangipani-Creme drin. Dann dieser coole Kefir Tea Mist. Ganz neu habe ich das. Das muss ich jetzt auf jeden Fall noch weiter ausprobieren. Das fand ich mega. Dann eine Pro Collagen Marine Cream. Die Augenpflege ist mit dabei. Diese Moisture Essence ist mit dabei. Und natürlich auch das Pro Collagen Summer Bloom Cleansing Balm. Und das ist absolut genial. Also das riecht auch fantastisch, muss ich wirklich sagen. Leider ist ja dieses Wasserminze Cleansing Balm jetzt irgendwie nicht mehr verfügbar. Aber das ist für den Sommer auch eine absolut geniale Alternative. Das riecht ganz leicht nach Blüten, nach Mimose soll es wohl riechen. Einfach perfekt, muss ich wirklich sagen. Also das ist alles in diesem Set enthalten. Wie gesagt, es gibt diese zwei Möglichkeiten. Entweder spart ihr ein bisschen was da drauf. Ich hoffe, dass das geht. Oder ihr nutzt den Code Rixo AFF und bekommt halt noch die kleine Tasche mit dazu. Könnt ihr super cool kombinieren. Hier habt ihr ja auch vier Produkte drin im Wert von 60 Euro, die sich sehr gut auch ergänzen und wo ihr einfach mal ausprobieren könnt. Jetzt zeige ich euch mal, was ihr gewinnen könnt. Denn meine wirklich absolute Lieblingspflege ist tatsächlich gerade diese Midnight Facial Cream. Ich wechsle das immer ab mit der normalen Pro-Kollagen-Creme, aber häufig greife ich dann doch zu der, weil die hat so eine coole, gelige Konsistenz. Es ist wirklich ganz, ganz schön. Und ich habe gedacht, dann kann es auch mal jemand von euch ausprobieren und ich verlose die an einen von euch. Denn die haben die mir nochmal geschickt. Und dann habe ich gedacht, cool, dann könnt ihr auch was ausprobieren, könnt ihr das testen. Und ich werde euch auch zusätzlich die ganz normale Tagespflege mit reinpacken, damit ihr auch einfach etwas für die Nacht und für den Tag habt. Und dann packe ich euch noch ein paar kleine Goodies dazu, sodass wir auf einen Wert von rund um die 100 Euro kommen. Ich hoffe, ihr freut euch. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, schreibt mir einfach einen netten Kommentar. Habt ihr schon mal Elemis Produkte ausprobiert? Wenn ja, was ist euer Lieblingsprodukt oder was würdet ihr gerne testen? Und dann wandert ihr direkt in den Lost Top. Ihr könnt auch den Hashtag Elemis verwenden. Und ich würde mich natürlich auch mega freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben gebt. Wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Schaut in die Infobox. Da sind alle Details verlinkt, auch mit den Codes. Manchmal gibt es so spezielle Deals. Ich update euch da meistens auf Instagram. Und ich versuche auch, die Infobox zu aktualisieren. Also schaut da auf jeden Fall gerne ab und zu mal rein, um auf dem neuesten Stand zu sein. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.